Adi Hütter, gute Neuigkeiten für alle IB-Fans. Du hast diesen Vertrag verlängert um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2019. Herzliche Gratulation! Wie fühlt man sich als Trainer der Zukunft von IB? Zuerst einmal danke. Ich denke, dass es ein guter und erfreulicher Tag ist. Auf der einen Seite, dass ich mich entschieden habe, länger hier zu bleiben. Und auf der anderen Seite auch, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, bis 2019 weitergehen können. Es ist quasi ein offenes Heimnis, das Interessenten gegeben hat aus dem Ausland. Und doch hast du für IB entschieden, dass sie da Beweggründe für dich? Ja, es waren jetzt immer in der letzten Zeit mehrere Anfragen an meine Person. Und ich möchte auch diesen Spekulationen ein Ende setzen, ein Zeichen setzen, dass ich ein weiteres Jahr hier bei IB bleibe. Weil ich mich auf der einen Seite sehr, sehr wohl in Bern fühle, beim Verein wohl fühle. Und weil wir natürlich auch grosse Aussichten haben, mit einer Mannschaft wirklich etwas zu erreichen. Und das macht mir Spass und deshalb habe ich mich auch entschieden, hier zu bleiben. Man merkt, dass es etwas zusammengewachsen bleibt mit der Mannschaft, mit dem Trainer und so weiter. Aber auch mit den Fans. Man ist auf allen Wettbewerben, man ist auf Kurs. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass du ein gutes Gefühl hast, mit den Jungs weiter zu arbeiten. Ja, auf alle Fälle. Und deswegen auch, weil Christoph Spiecher und ich, was die Sportliche Führung betroffen hat, einen Weg eingeschlagen haben mit jungen und hungrigen Spielern. Man sieht, dass es momentan auch sehr, sehr gut aussieht. Der Weg ist noch lange dort, wo wir hinwollen. Aber es geht auch um diesen Reiz zu haben und hier zu bleiben und zu sagen, man kann hier etwas Aussergewöhnliches erreichen. Mir macht die Mannschaft einfach wahnsinnig Spass. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt die Mannschaft oder den Verein im Stich zu lassen, das wollte ich nicht. Ich möchte mit meiner Vertragsverlängerung auch ein ganz klares Zeichensessen und ein Bekenntnis setzen zu IB. Am Mittwoch war die Mannschaft mit dem Trainerstaff im Schoppiland in Schönbühl. Er ging Fussball für einen guten Zweck, für die Kinderkrebshilfe. Es war extrem der Zuspruch der Fans, was ihr da auslösen konnte. Also ein beeindruckender Tag gestern für mich nicht als Trainer, sondern einfach als Mensch. Wenn man sieht, welche Begeisterung geherrscht hat am Schoppiland. Wenn ich denke, vor zwei Jahren, wie wir dort waren, war es ein bisschen schwieriger, die Sachen anzubringen. Man spürt einfach auch in der Öffentlichkeit, dass das Interesse an IB sehr, sehr groß ist. Die Jungs haben das super gemacht. Diese Stunde ist so schnell vergangen. Wir hätten, glaube ich, gestern noch weit mehr verkaufen können. Und das zeigt einfach, dass wir auf einem richtig guten Weg sind. Und das hat gestern unglaublich Spass gemacht. Das freut uns alle sehr zu hören. Noch einmal eine herzliche Gratulation zur Vertragsverlängerung. Wir wünschen uns alles Gute. Und vor allem für Herrn Antrediro, merci vielmals. Danke auch, danke. Christoph Schweicher, einen schönen Tag, einen guten Tag für IB. Der Vertrag mit dem Cheftrainer Adi Hütter ist bis im Sommer 2019 verlängert worden. Wie fühlst du dich als Sportchef von IB? Ja, sicherlich sehr, sehr gut. Ich bin sehr glücklich. Aber ich war schon sehr positiv in den letzten Wochen. Ich habe einen extrem offenen, guten und engen Austausch mit Madi. Und wir haben das Projekt ja schon vor einigen Wochen angestossen. Ich war auch immer auf dem Laufenden gewesen. Es war schon klar, dass es vielleicht die eine oder andere Anfrage gegeben hat für ihn. Das ist auch normal, wenn der Trainer gute Arbeit leistet. Aber ich habe immer gespürt, bei ihm mit täglicher Arbeit, dass er absolut Hunger hat oder will, hierzubleiben. Und ich bin sehr froh, dass wir uns jetzt auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Was zeichnet die Arbeit von Madi Hütter aus? Ich glaube, er ist ein Trainer, der unglaublich gute Kommunikation hat, die Mannschaft unglaublich gut packen kann. Er hat eine Vision von einem Fussball, die natürlich sehr attraktiv ist, offensiv ausgerichtet. Und ich glaube, das passt hervorragend zu dem Kader, den wir haben. Wir haben unser Kader auch auf diese Spielweise ausgerichtet. Er kann sehr gut mit jungen Spielern arbeiten. Und ich denke, er ist ein kompletter Trainer, der eigentlich in Österreich schon bewiesen hat, dass er für den attraktiven, offensiven Fussball mit jungen Spielern steht. Dann kann man sagen, der Trainer passt zu IB, IB passt zum Trainer und die Mannschaft passt zum Trainer. Ja, ich glaube es schon. Ich glaube, das spürt man noch. Wir sind wirklich ein Team. Mannschaft mit dem Trainerstab, Mannschaft zum Verein, der Verein zum Trainer. Da stimmt momentan wirklich sehr, sehr viel. Wir sind sehr glücklich, dass wir diese Konstellation haben. Und darum ist es natürlich auch wichtig, dass wir zusammen in die Zukunft gehen können. Es ist auch ein eingespieltes Trainerteam im Arbeiten bei IB. Wie sieht es dort aus? Es ist so, dass wir auch dort im Gespräch sind. Jetzt konnten wir mit dem Cheftrainer die vertragliche Situation regeln. Wir sind ja auch mit dem Rest des Trainerteams im Gespräch. Der Wille ist sicher, dass wir in dieser Konstellation weitergehen können. Wir haben einen unglaublichen Hunger, alle zusammen uns ständig zu verbessern. Und mit dieser Konstellation können wir den Weg für die Zukunft sehr positiv einschlagen. Christoph, bitte noch eine Herzliche Gratulation zu diesem positiven Signal. Danke. Merci.